Lasst uns den RPG Maker vorbestellen! Yay! Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und man kann den RPG Maker MZ vorbestellen, aber das machen wir am besten noch nicht, weil... Ich hab nämlich ein cooles Gewinnspiel am Laufen, da könnt ihr den RPG Maker MZ gewinnen! Yay! Das ist viel besser! Und vor allem billiger! Aber ihr könnt den MZ trotzdem vorbestellen und falls ihr den RPG Maker MZ dann bei mir gewinnt, könnt ihr den ja gegebenenfalls bei Steam dann stornieren oder ihr schenkt meinen Preis dann einfach an einen Freund weiter, dann habt ihr beide den RPG Maker MZ, ist auch nicht schlecht. So, aber kommen wir zu Steam. In meinem Kanal ist auf jeden Fall das Gewinnspiel. Mitmachen, mitmachen, bitte macht mit! So, und, ähm, auf jeden Fall kommen wir zum MZ. Das Ganze ist ziemlich cool gemacht. Ähm, man bekommt Rabatte, wenn man jetzt vorbestellt. Einmal bekommt man 10% Rabatt, wenn man vorbestellt. Das ist schon ziemlich cool, auf jeden Fall. Und dann bekommt man nochmal 10% Rabatt, wenn man den RPG Maker MZ besitzt, so wie ich. Dann bekommt man insgesamt 20% Rabatt und bezahlt tatsächlich nur, ähm, ca. 55 Euro. Das ist okay. Es ist okay für das, was geliefert wird. Und es ist okay, finde ich persönlich. Und es kommt noch besser, Leute. Es gibt noch Vorbesteller-Bonis. Dit, 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 dit. Hier haben wir sie. Einmal bekommt man noch MZ Character Generator Pack. Ähm, Generator im Englischen, nicht Generator. Egal. MZ Character Generator Pack. So, jetzt habe ich es, glaube ich, richtig ausgesprochen. Und dann kriegt man noch ein paar coole Sachen hinzu. Wie zum Beispiel eine tolle Atemschutzmaske für Corona. Yeah. Wollte ich schon immer. Wolltet ihr das noch nicht? Ähm, ihr seht, man bekommt noch coole Sachen hinzu. Wie so einen aufgemalten Schnowbad. Ähm. Ist aber auf jeden Fall eine coole Sache. Nein, ohne Witz jetzt mal. Ernsthaft. Ähm. Kostenlos. Nimmt man doch gerne mit. Warum nicht? Ähm, was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, war MV & MZ Remix Music Pack. Warte. Leute, wartet mal kurz. MZ Remix Music Pack. Wurde die MZ Musik bereits geremixt, bevor sie draußen ist? Das ist komisch. Es wirkt ein bisschen komisch auf mich. Ähm, ich war beim MV Release tatsächlich nicht dabei. Deswegen weiß ich nicht, ob die da auch so Mist abgezogen haben. Ähm, finde ich irgendwie komisch. Ist auch egal. Auf jeden Fall MV Musik geremixt. Und das ist schon ziemlich cool. Man bekommt 26 Remixes. Und vier neue Original Tracks. Und auch kostenlos, wenn man den RPG Maker vorbestellt. Den MZ. Und der kommt am 20. August raus. Ähm. Hier steht Sonnenangebot bis 27. August. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Da, ich würde auf jeden Fall vor am 20. August bestellen, wenn ich ihr werde. Ähm, werde ich auch machen. Egal. Ähm. So. Dann bekommt man, das ist auch richtig geil. Für alle, die den MV nicht besitzen, den RPG Maker MV. Ihr bekommt den MV gratis dazu. Als, ähm, Key. Als Code. Und wenn ihr den MV schon besitzt, bekommt ihr den Code auch. Aber könnt ihn dann an einen Freund weitergeben. Das ist doch mega geil. Komplett vor free bekommt ihr den RPG Maker MV. Das reimt sich sogar. Ähm. Tut mir leid, Leute. Tut mir echt leid. Ähm. Vielleicht vorher mit dem RPG Maker VX Ace gearbeitet habt. Oder mit dem XP gearbeitet habt. Und vielleicht den MV gar nicht besitzt und auch nicht benutzen wollt. Sondern wirklich direkt den MV benutzen wollt. Und dort einsteigen wollt. Dann wieder. Auch nicht schlecht. Um Gottes Willen. Ihr bekommt die ganze Musik und die Grafiken und, ähm, die Soundeffekte und alles. Also die ganzen Ressourcen vom MV. Und könnt das dann im MV benutzen. Und dann habt ihr mehr Musik zur Auswahl. Mehr Soundeffekte. Etc. Und mehr Grafiken vielleicht. Wenn ihr noch ein paar Grafiken aus dem MV haben wollt. Die es im MV vielleicht nicht gibt. Was ich jetzt nicht glaube. Aber sie sehen auf jeden Fall anders aus im MV. Das wird auf jeden Fall der Fall sein. Und das ist doch eine coole Sache. Auf jeden Fall. Dann bekommt ihr das, ähm, for free. Wenn ihr es vorbestellt. Top. Ist doch ein Top-Angebot eigentlich. Natürlich muss ich jetzt auch eine kleine Warnung rausgeben. Der RPG Maker MZ kostet jetzt, ähm, für MV-Besitzer wie mich, kostet der jetzt 55 Euro. Für euch dann ein bisschen mehr vielleicht, wenn ihr den MV nicht besitzt. Und da kommt jetzt der kleine Knackpunkt. Ich denke mal, dass der spätestens nächstes Jahr schon günstiger zu haben ist. Aller spätestens. Also vielleicht ist der dieses Jahr, ähm, Winter-Sale, Herbst-Sale, Weihnachts-Sale, was auch immer. Vielleicht auch nur so um die 50 Euro zu haben. Wird auch nicht viel günstiger sein. Aber spätestens nächstes Jahr wird der auf jeden Fall deutlich günstiger sein. Und da solltet ihr vielleicht, wenn ihr den nicht unbedingt braucht. Vielleicht habt ihr schon ein Projekt am Laufen mit dem RPG Maker XP, mit dem Ace oder mit dem MV. Und ihr denkt euch, naja, den MZ brauche ich sowieso jetzt momentan nicht. Ich benutze den ja eigentlich nicht. Ähm, der würde jetzt nur ein Jahr lang auf der Platte rumliegen. Dann kauft euch den vielleicht noch nicht. Das müsst ihr dann selbst entscheiden. Vielleicht wollt ihr den dann für die Musik haben. Weil im MZ ist ja Musik drinne. Und das wäre auch eine coole Sache. Ähm, für euch, wenn ihr die Musik dann in eurem Projekt benutzen wollt. Und ihr bekommt ja noch die Remixes, ähm, obendrauf. Und für alle Leute, die den MV nicht haben, ihr bekommt die komplette MV-Ressourcen ja auch noch komplett obendrauf. Und für alle, die den MV haben, ihr könnt, wie gesagt, den Key dann einfach an den Kumpel schenken. Auch gut. Ähm, so, wo war ich stehen geblieben? Ähm, genau. Dann gibt es noch, äh, Bundles. Es wurden schon DLCs angekündigt, bevor der, sch, gah, RPG Maker draußen ist. Wie ich sowas liebe. Aber egal. Ähm, kommen wir zu den DLCs. Und die Preise, äh, man sieht es schon, haben es in sich. Also der RPG Maker für 55 Euro. Und, ähm, mehr als das Doppelte, wenn man alle DLCs, die derzeit, ähm, zur Verfügung stehen, haben möchte. Und das ist echt viel. Wie gesagt, mehr als das Doppelte. Das ist wirklich, wirklich viel. Und ungefähr das Doppelte, und das ist auch extrem viel, kostet, ähm, der RPG Maker MZ in einem kleineren Bundle mit nur drei DLCs. Ob man die DLCs jetzt nur braucht oder nicht, das sei dahingestellt. Aber, ich muss sagen, an sich, wir können uns die mal kurz angucken. Sehen die gar nicht, ups, jetzt habe ich auch so den Warenkorb gesteckt. Entfernen bitte. Ähm, wobei ich es dann sowieso irgendwann bestellen werde. Ähm, so, zurück bitte. Bundle-Informationen. So, da ging gerade der Trailer an. Es gibt übrigens einen neuen Trailer. Ähm, den gucken wir uns vielleicht nachher nochmal an, wenn ihr wollt. Wenn ihr wollt. Äh, ich mache den am Ende an. Und wenn ihr den nicht sehen wollt, dann macht ihr das Video einfach vorher schon aus. Oder guckt nochmal ins Gewinnspiel von mir rein. So, gucken wir uns mal die Bundles an. Ähm, da haben wir einmal, das finde ich jetzt nicht so nützlich, das, ähm, MZ-Cover-Art-Characters-Pack. Ähm, da sind halt die Helden drauf, die auf dem, ähm, Cover drauf sind, auf dem Werbebild vom MZ. Ja, gab es beim MV auch schon das Paket mit den MV-Helden. Braucht kein Mensch, nicht wirklich. Also, da muss ich wirklich sagen, ja, hm, nice to have, aber, also, ich würde es, ich würde es mir auf jeden Fall, würde ich mir das Bundle nicht deswegen kaufen. Sagen wir es mal so. Das, ähm, Trinity-Resource-Pack sieht dafür schon wesentlich besser aus, kostet aber auch 30 Euro statt 9,99. Ähm, dementsprechend, ähm, ist da sicherlich auch definitiv mehr drin. Ähm, und das ist es auch, da haben wir, ähm, 50 Battle-Bags, wie man sieht, ähm, Characters, zwei, äh, 23 Files, ähm, und so weiter und so fort. Man sieht ja hier alles, ihr könnt das selber alles nochmal nachlesen, ich muss das jetzt nicht alles vorlesen. Dann auf jeden Fall haufenweise neue Tiles, Tilesets, ähm, auch neue Background-Music und Sound-Effects, etc. Ähm, richtig geil. Also, da muss ich wirklich sagen, das ist richtig groß, das Paket. Ähm, das lohnt sich auf jeden Fall schon eher. Ja, gut, man kann da jetzt nicht direkt reingucken, so wirklich, man sieht jetzt nur den einen Screenshot, ähm, und das Werbebild hier mit wahrscheinlich ein paar Charakteren, die mit drin sein werden, was das hier ist. Ich habe keine Ahnung, aber es ist auch egal. Ähm, ja, also das Paket finde ich eigentlich schon ziemlich cool. Also, 30 Euro ist aber, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das, ähm, ob das am Ende die 122 oder 23 Euro wert ist und ob das nicht in irgendeinem Steam-Sale mal irgendwann günstiger alles zu haben ist. Aber, psch, das habe ich euch nicht verraten. Ähm, das habt ihr nicht von mir? So, aber, wenn ihr das Zeug haben wollt, mein Gott, ob das nur am Ende jetzt, ähm, 123 Euro kostet und dann vielleicht in einem halben Jahr mal in einem Sale vielleicht nur noch 110 Euro oder so, auf die 13 Euro ist dann auch geschissen. Sagen wir es mal so. Ähm, ist meine Meinung. So, dann konntet ihr wenigstens schon mal ein halbes Jahr eher losmachen mit dem MZ. Das ist auch eine coole Sache. Und vielleicht wird das auch nie günstiger, aber, naja, wir kennen das ja alle. Es wird irgendwann sowieso günstiger. Ähm, so, dann noch 3D-Partikel-Effekte. Das ist auch ziemlich cool. Da gibt es, ähm, dann ein paar Effekte. Ähm, 100 Stück sind das. Und das ist echt ziemlich cool. 100 Effekte. Hier ist die ganze Liste. Äh, naja, gut, mehr oder weniger die ganze Liste. Ah, doch, scheint die ganze Liste zu sein. Ähm, hier sind ja auch mehrere hintereinander, sehe ich gerade. Ähm, auf jeden Fall. Ziemlich cool. Auch eine coole Sache. Das finde ich auch. Also, die beiden finde ich eigentlich mit am besten. Die beiden hier finde ich auch noch okay. Aber das hier oben finde ich halt wirklich absolut, ja, nutzlos. Ähm, Dark Fantasy Resource Pack. Ähm, hat man hier so einen schönen neuen Tilesets, denke ich mal. Ähm, auf jeden Fall hier, ähm, 15 neue Files. Ähm, also Tilesets. Und das ist echt schon ziemlich cool. Audio 5 Tracks. Ja, ähm, 5 Tracks sind 5 Tracks. Ob die dann am Ende gut klingen, ist dann die nächste Geschichte. Und, naja. Und dann haben wir noch das andere Paket hier. Da sind dann auch irgendwelche, ähm, Tilesets drauf. Aber ein bisschen weniger, ähm, Zeug und auch keine Musik. Ähm, naja. Aber ist auch eine coole Sache. Je mehr man hat, desto besser, sage ich immer. Aber es kostet natürlich auch ordentlich Geld, wie ihr seht. Und, wie gesagt, hier, ähm, derzeit, wenn man es jetzt im, ähm, im Frühkäuferbonus kauft. Kauferbonus, ich bin da blöd manchmal. Richtig blöd bin ich im Frühkäuferbonus kauft. Dann bekommt man es, ähm, hier 22 Euro günstiger ungefähr. Also hier 21,70 Euro. Hier steht sogar, Mensch, ich bin richtig blöd. Richtig, richtig blöd. Ähm, 21,70 Euro. Und das ist eigentlich schon wirklich okay. Wenn man es denn haben möchte, das ist die, das ist immer die Frage. Man bekommt im Grunde ein bisschen was geschenkt. Aber nicht wirklich viel. Das ist halt auch wieder die Sache. Also auch wieder die Sache. Ähm, so, der Trailer geht wieder an. Ja, ich musste das mit automatisch Videostart vielleicht, ähm, deaktivieren, wenn ich solche Videos hier aufnehme. Aber wir gucken uns gleich mal den Trailer an. Und ich sage, das war's soweit von mir. Wir haben genug gequasselt hier über die ganzen Bundles. Und, naja, müsst ihr selber entscheiden, ob sich das lohnt. Wie gesagt, ich denke mal, ähm, die werden irgendwann mal einzeln erhältlich sein. Derzeit ist das noch nicht der Fall. Derzeit kann man diese, ähm, Pakete hier noch nicht einzeln kaufen, sondern nur im Bundle. Aber ich denke mal, die werden irgendwann einzeln, ähm, verfügbar sein. Und jetzt geht der Trailer schon wieder an. Und dann werden sie, denke ich mal, auch günstiger sein als derzeit. Aber, wie gesagt, oh, ich sehe gerade, es ist ja sogar von 158 Euro runtergesetzt. Ähm, der Standardpreis, ähm, wie die jetzt auf die 144 Euro gekommen sind, die hier unten steht. Achso, Einzelpreis der Produkte. Achso, jetzt verstehe ich's. Okay, okay. Weil der RPG-Maker ja schon jetzt runtergesetzt ist. Okay, 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 verstehe, alles klar. Normalpreis... Nein, jetzt geht der Trailer wieder an. Ach, dammit! So, hier, ich mach das X jetzt aus. So. Ähm, Normalpreis sind sogar, ähm, 158 Euro. Ähm, ja gut, dann spart man ja doch einiges. Ähm, das ist dann doch schon eine ganze, ganze, ganze Menge. Da kriegt man ja schon zwei Pakete hier geschenkt, quasi. Ähm, und das ist ja dann vielleicht doch ein bisschen mehr. Hm, ja, muss man sich halt überlegen, ob es einem das wert ist oder nicht. Ähm, auf jeden Fall. Mir wird's das wert sein. Ich würde auf jeden Fall holen, das große Paket. Aber, ähm, bei mir ist das auch eine andere Geschichte. Ihr bekommt auf jeden Fall den normalen RPG-Maker im Set ohne irgendwelche Pakete von mir geschenkt, wenn ihr bei dem Gewinnspiel mitmacht. Also, macht mit! Zumindest einer davon. Ähm, einer von den Leuten, die mitmachen, gewinnt, äh, den RPG-Maker im Set. Die Verlosung ist, ähm, 2. August und am 1. August, ähm, Mittag um 12 Uhr ist Abgabetermin. Ähm, dementsprechend, selbst wenn ihr dann am 2. August nicht gewinnen solltet, könnt ihr immer noch locker vorbestellen und kriegt alle Vorbesteller-Bonis immer noch. Also, das soll nicht das Problem sein. So, dann gucken wir uns den Trailer an und dann war's das. Wir sehen uns dann, ähm, ja, irgendwann mal wieder oder hören uns irgendwann mal wieder. Ähm, Tschüsseli! Ich sag schon mal Tschüsseli! Und guckt euch den Trailer nochmal an. Das ist nur eine Minute, die schafft ihr. Ist keine neue Information drinne, aber, hm, trotzdem cooler Trailer. Ich sag schon mal Tschüsseli! Ich... ... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.